Wie aktiviert Aktimell Ihre Abwehrkräfte? Es hat ganz viele Aktivkultures. Aktimell ist gut für die Darmflora. Das sind so lebende Organismen, so Aktivkulturen und die stärken meine Abwehrkräfte. Stimmt, Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Fast 10 Milliarden LKCI Aktivkulturen setzen aktiv in der Darmflora an und aktivieren so unser Abwehrsystem. Das sieht man doch, oder? Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Wissenschaftlich getestet. Sagen Sie ein Watteschen. Es ist alles bereit. Von Magi. Eine komplette Mahlzeit. Unvergesslich gut. Würden Sie Ihr Handy auch zu Hause benutzen? Mit Genion schon. Denn sobald das Häuschen auf dem Display erscheint, telefonieren Sie mit Genion festnetzgünstig. Hier oder hier. Einfach clever. Genion. Zuhause günstig. Und draußen mobil. Genion von Fiat Intercom. Mobil telefonieren eine Generation weiter. Suppen Mahlzeit von Magi. Eine komplette Mahlzeit. Unvergesslich gut. Magi. Magi. Eines der feinsten Premium-Pilze bei unserer Tage ist in einer Stadt zu Hause, deren Meisterwerke schon immer die Geschichte mit der Zukunft zu verbinden wussten. Berlin, Herr Kiel. Das Meisterwerk. Sie werden jetzt in Dinger eingeweiht, die der höchsten Garibrettungsstufe unterliegen. Das UFO ist echt frank. 47 ist nämlich wirklicher als ein Wolffall abgestürzt. Aus diesem Ding stammt die Technologie für die Z-Maschine. Zurück in die Vergangenheit, um die Zukunft zu retten. Ein Top-Team. In Ihren Händen liegt das Schicksal der Menschheit. Doch Sie haben immer nur sieben Tage Zeit. Die Money-Mystery-Serie der Zukunft. Seven Days. Das Tour zur Zeit. Auf Prosidil. Ihre Geheimhaltungspflicht endet am Dienstag, 20.15 Uhr. Zweimal Akte X. Zuerst wird ein Tier zur reißenden Bestie. Doch es steckt weitaus mehr dahinter. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass ein Hund das getan hat. Ein böser Hund. Und gleich danach noch ein Highlight. Agent Foxmoder. An ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Zwei Folgen Akte X. Morgen ab 20.15 Uhr auf ProSieben.